ARD Text im Auftrag von Funk Warum kommen Sie erst jetzt? Das ging mir ja nicht schlecht. Aber jetzt hat er gestreut. Ja. Ja. Und wie sind die Chancen? Geschissen. Hallo da draußen. Heute leichtes Ziehen im linken Arm, Mittelfinger und Ringfinger kribbeln. Ich blogge aus dem Alltag einer Lungenfibrose. Es ist schlecht Trauer in sich reinzufressen. Ich mach da mal den Anfang, ne? Womit? Ich lass die Balkontür offen, okay? Willst du noch mal was erleben? Ja, schon. Du nimmst ein Kripp auf, wir machen halbe Habe. Wir müssen nie was zurückzahlen. Wieso nicht? Weil wir da längst tot sind. Das ist doch nicht fair. Ist es fair, dass wir sterben müssen? Ist es fair, dass du so eine bescheuere Hafer bist? Weiß. Das war's. Ja. Hol mir das Geld an der Kasse oder... Haben Sie es denn so eilig? Natürlich nicht. Wir lassen den Zufall entscheiden. Augen zu, zeigt drauf. Augen zu, zeigt drauf. Mombasa. Was? Geil. Supergeil. Hast du Spaß? Mega. Ich auch. Was ist das denn? Wir wollten doch als Ende der Welt. Mit dem Panzer. Bist du völlig wahnsinnig? Das kommt von deiner eingelegten Spinne. Das war Krabbe. Das hatte Haare. Es gibt den Tod überhaupt nicht. Es gibt nur den Moment davor. Und der ist doch gar nicht so schlecht. Was? 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 791 Kilometer. Zu Fuß. Du. Allein. Ich will Lebenszeichen. Also, ich... Ich bin immer weg. Ich bin immer weg. Ich bin immer weg.